Baddha, Badrasana, ist die verschränkte Glücksstellung oder auch genannt gebundener Schmetterling. Gib die Fußsohlen im Sitzen zusammen, fersen möglichst nah an dein Becken und die Knie nach unten. Fasse mit den Händen um die Füße, das ist eben das Baddha dabei. Und Baddha-Sana, Baddha heißt Glück, Baddha-Sana, Glücksstellung, Baddha heißt auch das Gute, vielleicht kennst du auch Vira, Baddha-Sana, die Stellung des glücklichen Heldens oder des guten Heldens. Und wenn du die Hände um die Füße gibst, eben Baddha gebunden oder auch verschränkt. Diese Stellung ist sehr gut, um die Lotus-Flexibilität zu entwickeln. Letztlich ist es gut, Baddha-Baddha-Sana mit Knien am Boden oder weitestgehend am Boden zu üben, bevor du den Lotus probierst. Du kannst hieraus dich auch nach vorne beugen, indem du mit den Ellbogen dabei auf die Oberschenkel etwas drückst und dann dich nach unten bewegst.